Wir sind halt noch nicht so gut. Vielleicht sollte ich wirklich Einhand leeren. Hier haben sie also die toten Bauern hingeschleppt. Widerlich. Die Drecksviecher dürften wohl alle platt sein. Lass uns wieder zurückgehen. Gold? Gold. Trank. Gold. Gold. Und Gold. Und Gold. Und Gold. Ich hebe hier jede Münze einzeln auf. Gold. Rustige Axt. Gold. 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 Geht überhaupt nicht auf die Nerven, ne? Gold. 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 Money, money, money. Gold. Gold. Ist aber gut, ne? Jetzt müsste ich doch alles aufgehoben haben. Okidoki. Okidoki. Dann gehen wir nochmal wieder nach oben. Reden wir mit Feste. Ich hoffe... Der ist jetzt nicht sauer, dass wir alles alleine gemacht haben. Äh, äh, äh. Also er... Warte mal. Schnell nochmal Spapapa peichern. Ich wollte gerade nochmal um die Höhle rumgucken. Ich glaube, hier war irgendwo noch was. Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, müsste hier irgendwo noch was rumliegen. Das habe ich nicht gemeint. Das habe ich auch nicht gemeint. Da ist noch ein Altar. Hatte ich jetzt eigentlich diesen Degen schon aufgehoben? Ne, ne? Steintafel. Genau, die habe ich gesucht. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Deswegen zögere ich nämlich, ne? Ob ich jetzt erst, ähm, normal lernen soll von den Leuten oder ob ich jetzt die Tafeln lesen soll. Obwohl ich die Tafeln ja längst nicht alle zusammen, äh, jetzt schon bekomme. Und bei den, äh, bei den Banditen brauche ich es eigentlich noch nicht versuchen. Die Lederrüstung ist noch nicht stark genug. Bei den normalen Tieren, da mag es schon gehen. Auch die Zweikämpfe sind kein Problem, wenn man sich nicht allzu doof anstellt, so wie ich. Aber ansonsten... Wieso kämpft er denn jetzt da vorne? Oder ist das ein anderer? Fester müsste mir jetzt eigentlich seine Stimme geben. Jetzt haben wir zwar den Hof verpasst, aber naja. Wir müssen auf jeden Fall auch noch besuchen. Keine Sorge, da kommen wir auch noch hin. Aber jetzt gehen wir erstmal hier lang. Wo hat er eigentlich die Axt her? Finde ich ihn nicht geklaut. Hey, du. Was ist mit unserer Abmachung? Willst du mich verarschen? Du hast nichts dafür getan. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Trachtprügel. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Mir kommen die Tränen. Hä? Das ging mir zu schnell. Moment, ich bin gleich wieder zu, Luke. So, jetzt aber. Wir standen ja nur schlecht. Also, ich habe auch immer eine Ausrede. Moment. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Mal gucken. Hey. Was ist mit unserer Abmachung? Ja. Ja. Ich lasse mich nicht. Mir kommen die. Mach ihn fertig. So. Im Prinzip muss man jetzt mal selber machen. Jetzt wird's lustig. Das ist ein bisschen stärker als Buster. Hau drauf. Mach ihn fertig. Parier doch. Ich parier doch. Mach ihn fertig. Hau drauf. Jetzt schreit doch nicht mehr dazwischen. Aua. Mach ihn fertig. Hat mich abgelenkt. Das ist mal fertig, fertig. Hau drauf. Ach, das sind wir. Da muss immer noch mal. Den kriegen wir noch. Mit ein bisschen Glück, ein bisschen Talent. Das habe ich beides nicht. Werden wir es schon schaffen. Schön dich dran stellen und dann erzählen. Hallo. Hallo. Ich lasse mich nicht mehr kommen, Diet. Parier doch. Ich parier doch. Parier doch. Ich sehe nichts. Hä, wo ist er denn? Lass auf. Parier doch. Schön, dass ich immer dieselbe Technik machen kann. Au. Jetzt bin ich aus dem Takt. Das ist nicht gut, wenn ich einmal aus dem Takt bin. Parier doch. Ich muss bloß aufpassen, dass ich den Fleischschwanzen da nicht so nahe komme. Parier doch. Pass auf. Parier doch. Komm schon. Pass auf. Mach einfach immer dasselbe. Pass auf. Das soll eben eine Leere sein. War so knapp. Ach, das haben wir also nochmal. Ja, 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 ja. Das sieht zwar dämlich aus, aber es ist wirksam. Deswegen mache ich halt immer das Gleiche. Ich könnte natürlich auch erstmal Einhandwaffen lernen. Vielleicht mache ich das wirklich. Aber zuerst die Tafeln, wa? Ich habe irgendwie das Bedürfnis, erst diese Tafel zu lernen. Es ist ja so. Die Tafeln kosten erstmal keine Erfahrung. Das ist erstmal besser. Je höher ich, je mehr ich lerne, desto teurer wird es aber. Das heißt, die Tafeln sollte ich wahrscheinlich dann später nutzen. Wahrscheinlich schon. Welche Stufe haben wir denn? 5, 26 Lernpunkte. Da können wir schon ein bisschen was mit machen. Hallo, Fester. Hallo, Fester. Hallo. Warte mal. Eigentlich ist er in Ordnung. Eigentlich will ich ihn ja gar nicht hauen. Aber wenn... Ich lasse mich nicht gern verarschen. Mir kommen die... Wir machen einfach so weiter, die ist her. Das wird schon irgendwann klappen. Nur schade, dass es immer bei 20% nachher in die Hose ging. Komm schon. Ach, geschafft. 200. What? Der hat ja nicht viel. So. Das ist schon mal meint. So, kriege ich jetzt was? Obwohl 20... Der hätte eh nicht mehr als 20 Gold gegeben. Wo will er das denn hergeholt haben? Es wird dunkel. Oh Mann, mein Kopf. Warte mal. Okay, okay. Du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ein gutes Wort bei Ona. Oh. Gut, jetzt können wir speichern. Wir kriegen immerhin mehr Waffen. Und wir kriegen von hier mehr. Und von da mehr. Von hier und da. Wenn der jetzt einen Zoll haben will, dann habe ich hier richtig gespeichert. Ich vermute fast, der will Zoll. Wo willst du hin? Da rein. Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Tja. Hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Mhm. Tja. Du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, hm? Also erzähl mir keinen Mist. Und lass dich kurz von mir durchsuchen, dann kannst du weiter. Durchsuchen. Behalt bloß die Finger bei dir. Behalt bloß deine Finger bei dir. Oder was? Komm, wir sind mal angemacht. Oder du wirst so schnell niemanden mehr durchsuchen können. Das wollen wir doch mal sehen. Oh, der ist gut. Schon wieder das Schwert hält. Au. Haut auf. Das wird ihm eine Lehre sein. Hätte ich den jetzt besiegt, das wäre natürlich geil gewesen. Soll ich das mal probieren? Ähm. Hätte ich ja mal Lust drauf. Dass wir uns hier mal richtig einprügeln. Ich kann das ja zurechtschneiden später, wenn... Oder ich probier's gar nicht, ja. Equesit auch nicht, meine Freunde. Equesit nicht. Ich könnte ihn auch erstmal ignorieren. Ich glaub, der will... ...ein Zoll von mir, wenn ich jetzt, äh... ...mich drauf einlasse. Wo willst du hin? So, das machen wir nochmal. Ich... Dann muss ich dir... Das wird eben eine Lehre sein. Da muss ich aber echt üben, bis ich das kann. Hör mal auf, in der Hose bei mir rumzukrabbeln. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Gold in der Hose. Na gut, dann lass uns halt drauf ein. Oder wir ignorieren ihn erstmal. Eine bessere Waffe kriegen wir so schnell nicht. Wir können auch außenrum... Ach komm, wir machen das einfach mal. Wir... 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 Nehmen mal die schöne... Die... Die freundliche Variante. Wo willst du hin? Da rein. Ich... Das käme schon... Ja. Also... Tattoo. Wie du willst. Durchsuch mich ruhig. Na, dann wollen wir mal sehen, was wir da haben. Ah. Na, Gold. Es kann ziemlich gefährlich sein, so viel Gold mit sich rumzutragen. Viele unter den Söldnern sind echte Halsabschneider. Keine ehrlichen Kerle. So wie ich. Ich will nur 50 Goldstücke von dir. 50 Gold. Das ist der Wegzoll hier. Du brauchst doch nur einmal zu bezahlen. Ist doch fair, oder? Oder nicht. Hä? Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Schön für dich. Dir ist klar, dass die Söldner abstimmen werden, ob du mitmachen darfst oder nicht. Ist das dein Gesicht oder ein Hintern da vorne an deinem Kopf? Höhe. 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 Du hast du mir deine Stimme geben? Aber warum denn nicht? 50 Goldstücke sind doch ein fairer Preis für eine Stimme. Denkst du nicht? Hm. Ja. Okay. Irgendwann werde ich mir das wiederholen. Aber ich... Der hat's wirklich... Der hat's drauf. Und wer hat mit den Einhandlein lernen wollen? Kann nicht mehr reden. Wieso stoppt das da oben so? Na gut. Dann haben wir eben 50 Gold da drauf getan. Wie viel haben wir denn überhaupt? Äh... 1.000 Gold. Könnten wir quasi jetzt in einem Lager anfangen. Im... Na? Inno's Kloster. Raoul. Da müssen wir auch nochmal speichern. Man kann sich im Prinzip durch das ganze neue... Neue Lager. Durch das ganze... Durch die ganzen... Was willst du? Prügeln. Ich will mich Lee anschließen. Lee hat hier bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen. Ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung. Und da hat er verdammt recht. Silvio ist auch so eine Nummer. Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten tauchst. Ja, können wir mal den Schafen anfangen. Meinst du mir geht es besser? Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Ich war... Die Haut... Zeig's ihm! Ey, das war unfair. Hey, ich war noch gar nicht da. Wir versuchen das nochmal. War der falsche Speicherstand. Speicherstand. Mist. Na schön. Wir sind einfach schwach. Vielleicht sollte ich nochmal zu Baster zurück und ein bisschen Einhand leeren. Das kann ja eigentlich nicht schaden, aber... Ich bin mal so knauserig mit den Punkten. Ich will mich auf dem Hof umsehen. Das hatten wir gar nicht. Geh nicht in das linke Haus. Da drin sitzt Silvio. Er ist zur Zeit nicht besonders gut gelaunt. Wenn er einen Schwächling sieht, der nicht zum Hof gehört, könnte er auf die Idee kommen, seine schlechte Laune an ihm auszulassen. Wieso hat er denn schlechte Laune? Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster... Ach ja, das hat mir schon. Ja, ja. Ich will mich Lee anschließen. Ich will mich... Lee hat hier bald nichts... Was soll... Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht helfen. So, dann können wir hier nochmal speichern. Ein bisschen aufs Bauch. Was willst du schon? Wenn er das nicht sieht... Ich glaube, ich hole dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Ich bin wohl bis... Ich bin so schlecht. Ich kämpfe jetzt gar nicht mehr. Alle hauen mich. Keiner mag ihn. Wir schauen uns erstmal ein bisschen weiter um. Ich vermute mal, wir sprechen uns noch. Oh, stand ich da auf dem Meter? Rot und Söldner. Alles klar? Was willst du, Wurst, denn von mir? Tugwurst. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Hör zu, Junge. Man braucht viel Kraft, um eine Zweihandwaffe zu führen. Warum gehst du nicht lieber auf die Weide und spielst eine Runde mit den Schafen? Er ist immerhin ein bisschen netter als der andere. Ich will mich den Söldnern anschließen. Schwächlinge können wir hier nicht gebrauchen. Wie sieht's aus? Das geht dich nichts an, Schwächling. Er ist ja nett. Äh, ich bin stark genug. Ich bin stark genug. Unsinn, du könntest ein ordentliches Schwert wie meins nicht mal hochhalten. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Quest war. Man muss wirklich genug Stärke haben. Wir haben ja erst... Wo steht denn das? 22 Stärke. Hallo? Hallo? Das höre ich zum ersten Mal. Äh. Hallo? Ich bin ganz stark. Ich wollte auf den Meter sprechen. Ich sagte, ich bin stark genug. Ich lag nicht tot. Willst du es auf eine Wette ankommen lassen? Los mal mal ganz kräftig dazwischen. Wir schauen uns das erst mal an. Dann laden wir nochmal. Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. So? Wie viel soll ich dir abknüpfen? Ach, du siehst aus wie eine arme Wurst. Sagen wir 30 Goldstücke. Hast du überhaupt so viel? Hat er zu viel getrunken irgendwie oder hört er sich komisch an? Nein. Nein. Ach, mach, dass du wegkommst. Ach, verdammt. Ich so. Klar. Dann lass mal sehen. Hier. Dann wollen wir mal sehen. Ich kann die Waffe nicht anlegen. Und jetzt gib mir mal. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Was war das? Ich glaube, ich werde sie noch ein bisschen behalten. Na warte, du Mist. Das ist so wies. Wieso kämpft er denn nicht? Ach so, ich war mit dem falschen Knopf gedrückt. Ja, so ist gut. Wir prügen uns hier einfach ein bisschen ruhig. Das ist ja auch gemein. Das ist ja auch gemein. Das hat dir nicht gefallen. Jetzt hat er kein Schwert mehr. Dann können wir ihn wegprügeln. Das sei denn, er ist ein kritischer Treffer. Na mach schon. Komm mal her hier. Ich muss hier doch irgendwann mal einen Kampf gewinnen. Und wenn ich mich betrügen muss. Na mach schon. Den wirst du ja wohl schaffen. Wie sie ihm alle zugucken, ne? Keiner hilft ihm. Den wirst du ja wohl schaffen. Ich meine, ich bin hier fremd. Ich habe erstmal das Schwert geklaut. Fähr dich! Sag doch zurück! Na mach schon! So. Zeig sie ihm! Vorsicht! Gar nicht. 200 Erfahrungen. So. Gold hat er jedenfalls nicht mehr. Was ist denn das für ein Zweihänder? Äh. Was ist Zweihänder? Blüte ich Stärke 30. Kann ich... Kann ich mir ihn geben? Da. Komm, ich nehme ihn erstmal mit. Wir reden erstmal. Ach, versuch das ja nicht nochmal. Bist du, Söldner. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich wollte eigentlich den Zweihänder zurückgeben. Kannst du mir beibringen? Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ein guter Lehrer bin ich deswegen auch noch nicht. Aber ich denke, ich kann dir die Grundlagen des Zweihandkampfes zeigen. Ist ja geil. Das heißt, wenn du mir mein Schwert wiedergibst... Ja, bitteschön. Äh. Hier hast du dein Schwert zurück. Wurde auch Zeit. Ich will mich den Söldnern anschließen. Schön weggeprügelt. Ich bin nicht nachtragend. Du kannst kämpfen. Das ist es, was zählt. Die meisten Jungs hier nehmen eine kleine Prügelei unter Freunden nicht ernst. Wirst du noch merken. Meinetwegen kannst du mitmachen. Gut, ich habe seine Stimme. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ein guter Lehrer. Aber ich denke, ich kann den... Ja, dann... Ich will mich... Okay, er bringt mir Zweihand bei. Cool. Ich wusste gar nicht, dass ich mir Schwert klauen kann und dann... Naja. Es hat jedenfalls funktioniert. Oh Gott, die brauchen so viel Stärke. 60. Mach ich 15 Schaden mehr? Weil 70... Brauche ich erstens 70 Stärke. So viele Punkte haben wir gar nicht. Wir haben jetzt 26 Punkte. Wir können erst mal speichern. Wir schauen jetzt erst mal ein bisschen weiter um. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Erfahrung. Werden noch früher oder später stark genug sein. Geduld, junger Paderwan. Geduld, junger Pavian. Was? Alles klar? Hey, ich kenne dich. Aus der Kolonie. Was willst du hier? Ich will... Also ich wollte eigentlich... Ja. Hast du was zu verkaufen? Ach, frag nicht. Bennett, einer von den Neuen, kümmert sich jetzt um die Waffen und Rüstungen. In der Kolonie war ich noch verantwortlich für Lee's gesamtes Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied daher und zack, bin ich meinen Job los. Ich brauche unbedingt eine neue Aufgabe. Und wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen müsste. Ist mir egal. Hauptsache ich sitze hier nicht mehr rum. Hm. Ich bin gekommen, um euch anzuschließen. Warum nicht? Hab nichts dagegen. Hast immerhin damals unsere Mine von den Gardisten befreit. Aber renne du es nicht damit, dass du bei den meisten anderen hier so einfach landen kannst. Es sind viele neue dazu gekommen seit damals. Und einige der alten Söldner werden sich nicht an dich erinnern. Hätte dich auch fast nicht erkannt. Siehst ziemlich abgemagert aus. Och du, ich muss hier bei Jere eingestürzt. Hätte es mich fast erwischt. Dass ihr noch mal Glück gehabt. Ja, das stimmt allerdings. Schon mal in der Stadt versucht, eine Arbeit zu finden? In der Stadt? Keine tausend Pferde bringen mich da hin. Oder glaubst du etwa, ich würde dort als Milizsoldat arbeiten wollen? Ja. Ich stelle mich mir gerade in dieser Hofschranzen-Uniform vor. Was sind dann diese Gehorsams-Wahn? Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar gerade nichts zu tun, aber ich kann wenigstens machen, was ich will. Tja. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Hab sowieso zurzeit nichts Besseres vor. Das ist schön. Aber Bogen wollte ich eigentlich nicht lernen. Ich gucke mal, ob er noch was anderes hat. Was soll ich dir beibringen? Alles. Und zwar Kosten. Ohne Kost und Profi. Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Ach, ich soll Bescheid geben. Darüber haben wir uns noch gar nicht unterhalten. Hat er nur gesagt, dass er eine sucht. Nicht, dass ich ihm eine suche. Von mir erfährt keiner was. Von mir erfährt keiner was. Von mir erfährt keiner was. Hallo. Äh. Hey du. Wie sieht's aus? Seit Ohna verlauten liest, dass er Söldner anheuert, quillt der Hof fast über vor lauter Galgenvögel. Das ganze Gesindel, das ich vorher nicht aus der Welt habe. Was den Wäldern getraut hat, ist jetzt hier. Die Kerne kamen echt von überall her. Da kommt einer. Wie? Oh. Wie sieht's aus? Seit, das... Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Da, für der Textbalken. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern. Silvio. Also, bestimmt. Es ist doch alles nur Gerede. Nicht nur Gerede. Wer liegt denn hier alles? Kann ich mit dir noch reden? Haben die was interessantes Hodges? Wer ist denn Hodges? Hallo, ich bin neu hier. Verdammt. Was ist los? Aber ich hab nicht viel Lust mich zu unterhalten. Bin ziemlich im Arsch. Schwer beschäftigt, was? Kann man wohl sagen. Bennet macht so viele Waffen, dass ich mit dem Schleifen kaum nachkomme. Hast du... Kann ich bei dir was kaufen? Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht viel. Die Schwerte und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Oh, Tatsache. Er hat wirklich nicht viel. Das lohnt ja gar nicht. Ich hab gehofft, hier ein bisschen Stahl zu holen. Oh, ein Apfel. Die muss ich einfach mitnehmen. Kriegst du auch zwei Äste dafür. Komm, das ist ein Sonderangebot. Das mach ich nicht jedem. Also... Fühl dich geehrt. Was ist mit den Söldnern? Ona hat sie angeheuert, damit sie uns die Milizen aus der Stadt vom Hals halten. Aber sie passen auch auf den Hof, die Schafe und uns Bauern auf. Also lass dir bloß nicht einfallen, was zu klauen. Oder in irgendwelchen Truhen rumzukramen. Ich doch nicht. Das ist ja lächerlich. Die warten nur auf eine Gelegenheit, dich umzuhauen. Die sollen mal kommen. Wenn es nicht gerade Silvio ist oder der andere, der da stand. Was kannst du mir über den Hof erzählen? Das hier ist Onas Hof. Das große Haus ist ein Wohnhaus. Er hat einen Flügel freigemacht für die Söldner. Seitdem müssen wir Bauern in der Scheune pennen. Ja, aber mir soll's recht sein. Ist schon gut, dass wir jetzt Leute haben, die auf den Hof aufpassen. Im Haus mit der Schmiede davor ist die Küche. Vielleicht hast du Glück und Tegla hat was zu essen für dich. Tegla? Ja, gut. Die werden wir vielleicht noch später sehen. Und Bauer haben hier noch Leute, mit denen wir reden können.